Das kann ich. Ich hab das alles hier so satt. Würden uns diese Bastarde nicht die Arbeit mitnehmen, hätte ich nicht zur Armee gehen müssen. Was ist das? Oh, shit. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wiedersehe! Was stinkt hier so? Ach, danke. Ach, da haupt man. Ich kann hier die Scheiße arbeiten. Echt? Oh Gott, schau mal rein. Halt! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.